Jo Leute und damit willkommen zurück zur Retro Time mit Let's Play Donkey Kong für den Game Boy. Wie ich das jetzt besag, egal. Naja, beim letzten Mal haben wir das Ship-Level und Jungle fertig gemacht. Das waren zwei Level, die ein bisschen länger gedauert haben diesmal. Das ist aber normal, weil ab Jungle irgendwann war bei mir kaum Deadline. Ja man, als Kind habe ich es halt gespielt, aber nicht wirklich weit. Und ja, haben 99 Leben. Und hier ab der Seite ist halt komplett, wirklich komplett blind. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt schon mal war. Deswegen, wir starten hier, oder? Wo ich so viel weiter labere. Aber ne, das Level sagt mir gar nichts mehr. Das Level sagt mir gar nichts mehr. Nö. Klar. WTF. Musik. Das muss ich machen. Wie, was kommen wir mit dem? So weit. Okay. Hätten wir beim ersten Mal auch schaffen können, ne? Naja. Was soll's. Wollt ihr das da unten auch nochmal? Wie, das geht so nicht. Wenn wir rüber rennen. Passiert so. Und fertig. Fertig. Ja. Halt Übungsfilme das erste Mal, ne? Und dann geht's halt weiter. Tja. Aber. Das ist jetzt die dritte Folge, die ich hintereinander aufnehme. Da merkt man wieder, es bringt halt echt Spaß. Obwohl das so ein altes Spiel ist. Oh ja. Mit Totenköpfen. Okay. Darf ich da auch? Ne. Was ist das? Hüh. Ein Pflänzchen. Mumien. Kann ich... Okay, die kann ich so erledigen. Hm. Na klar. Wie soll das denn klappen? Hätte ich auf den drauf bleiben müssen? Ne, ne? Okay, du sagst, ich schaff das nicht mehr. Ne, ne? Nein. Toll, dieser Knochenkoppel. Na ja. Aber wie soll ich das denn da drüben jetzt machen? Kann mir das mal jemand verraten? Hm. Krieg ich den so kaputt? Ne. Okay, egal. Ich werde nämlich diesen Hut haben. Obwohl. Bringt gar nichts eigentlich, ne? Hm, 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 hm. Okay, das geht. Oder auch nicht. Warte mal. Oder man macht das so. Oder man macht es so. Okay. So geht's dann auch. Alles klar. Nein. Vergiss es. Drecks Ding. Dann schmeiß ich den jetzt mit dem Schlüssel ab. Und so geht's. Ja. Wie gesagt, die Level kann ich jetzt gar nicht mehr. Okay. Jetzt kommt es. Ja. Das ist das. Ja. 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 Toll! Direkt in ihn reingefallen. Nice. Also nicht wirklich nice. Danke. Wo mach ich das jetzt? Wo ist jetzt der Hammer? Na ja. Schau nicht hier runter, ne? Wow. Hey! Was soll das? Gut so knapp. Super. Hier kann ich so machen. Komm ich da hoch? Okay, so wollte ich ja nicht machen, aber gut. Beziehungsweise das wollte ich nicht machen. Okay, so geht's auch. Ja. Eigentlich sind die Level wirklich einfach. Man stellt sich nur zu doof an. Mehr ist das auch nicht. Naja, was soll's. Nee. Das war jetzt das erste Mal. Was mich wundert. Autsch. Dummes Vieh. Von einem Affen. Bei uns. Auf mich hat's auch... ...karte, nachdenken kann. Ich weiß. Ja, nee, ist klar. Okay. Das sind ja eben auch schon vorschauen, wie das nächste sein soll, ne? Naja. Und dann passiert sowas. Ja. Okay, das Ding hab ich. Tün 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 tün. Okay. Mal ausschmeißen. Ach, nee. Ich muss den noch rüberwerfen, ne? Hm. Ja. Okay, den krieg ich nicht mehr. Ähm. Was? Was war das denn für ein schwachstes jetzt? Ich hab nur noch 40 Sekunden vor allem gehabt. Okay, das hab ich. Und du? Hey. Ich bin grad echt viel zu blöd. Hm. Hm. Warum? Weg. Nährst. Ich bin weg. Hm. Okay. Ich bin weg. Hm. Ging doch. Meine Güte ey. Manche Level ey. Ja. Und so ist. Ja. 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 Ich bin weg. Ich bin weg. Ups, warum drück ich gerade immer den Fatschklaff, weil ich vielleicht doof bin? Tschüss. Din 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 din. Okay, das war doof. Das wusste ich nicht. Klar, der Fels ist natürlich so fest, dass das nicht geht. Hm, na, egal. Egal, passiert. Oh, nis schlimm. Welcher Stage war das jetzt eigentlich, die fünfte? Musste ich gleich einmal kurz gucken. Ah, steht doch da. Hm, fünf. Fünf. Hm. Hm. Okay. Was auch immer. Hm, das war nicht so geplant. Genauso wie das. Genauso wie das. Nice. Nee, nee. Hm. Nee, nee. Nee, 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 nee. Nee, nee. Halleluja, mein Gott. Wir sind ja needy, nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Momentchen. Wir haben uns da. Wir müssen das Ding jetzt mal öffnen. Wow. Zwei Schüsse hintereinander. Klar, warum auch nicht? So, nach unten. Man darf halt auch nicht zu weit runterfahren, weil sonst passiert sowas. Hm. So. Oh. Do 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 do. Okay. Äh. Äh. Boing. Hallo. Muss ich da rü- muss da rüberspringen, ne? War das gerade ein bisschen buggy, dass ich da mitten im Stein drin war? Das ist eigentlich wie in den ersten Level, ne? Oder wie im ersten Level. Mal anders. Oh. Oh. Und dieser... Eigentlich böser Mario, der jeden tötet, ne? Umgekommen will doch nur eine Frau haben. Mehr auch nicht. Ja. Jo, warum nicht? Schau mir mal. Das, 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 das. Wenn ich den Hebel tätige, dann geht das weg. Dann haben wir hier wieder frei. Warum mache ich das eigentlich so rum? Weil ich doof bin, ne? Ähm. Mhm. Mhm. Bin ich... Okay. So, und das ist game. Okay, das war diese Erfnung, ne? Warte mal. Ich müsste, glaube ich, den Schlüssel trotzdem mitnehmen, aber... Hm, 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 hm. Und dann gehen die nämlich wieder zu. Gehen wir hier ein paar mit hoch. Dann gehen wir hier auch runter. Hm. Okay. Oder auch nicht. Hä? Hä? Wie öffnet sich das Ding denn dann nochmal? Geh durch, ne? Geh durch, ne? Achso. Stehe. Ja, ich bin ein bisschen doof. Das war eben doof denken. Machen wir das nämlich so rein. Ach, ja. Aber dann... Machen wir das Ding ja mal so. Zack. Nee, ich meinte das einfach. Nein, nicht so. Nicht so. Hm. Hm. Hey. Warum hat denn mich das Ding noch getroffen? Äh... Machst du doof manchmal, ey. Manchmal bin ich wirklich doof, ey. Manchmal bin ich wirklich doof, ey. Und so. Und so. Ich bin wieder hoch. Ich bin wieder hoch. Genau so wollte ich das wieder nicht machen. Hm. Warum schmeiß ich den eigentlich mal wieder da rein. Warte mach. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu glück schon wieder, ne? Und gleich ist der Schlüssel weg. Und gleich ist der Schlüssel weg. Warum stelle ich mich nochmal so blöd an? Kann mir das jemand verraten? Ja. Ja. Dann machen wir das nochmal so. Einmal wieder zu. Ja, damit ich jetzt schon längst schaffen können, oder? Manchmal, ey. Naja. Wie gesagt, die Level 3 habe ich halt echt noch nie gemacht. Ich glaube, das wird dies von nur einem Level. Hm? Was? Äh, ja. Da muss ich was gucken gehen. Ach, du bist ein Hüpfi. Okay. Hm-hm. Okay. Dann kann ich ja nicht hierhin packen. Dann packe ich hierhin. Ups. Fällig falsch. Hm-hm. 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 Ja, verschwindet mal. Normalerweise. Müsste das so sein, ne? Nee. Nee. Hm-hm. Hm-hm. Das Ding verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Mist. Warte mal. Wee, wee. Eigentlich wäre... Der. Der hier. Wer kommt hier hin? Äh. Keine Ahnung. Das war völlig falsch, glaube ich. Nein. Das war das falsche Ding. Und dann falle ich hier wieder runter. Hm. So nochmal. Den packe ich hier hin. Den packe ich mir hier hin. Okay, der bleibt drauf. Alles klar. Nein. Jetzt muss ich ganz schnell nach oben, ne? Leck mich. Ach ja. Ich glaube, die Dinger sind generell da, um Zeit zu kriegen, ne? Aber nur. Hm. Nein. Sonst wäre ich tot gemiesen. Da gab's. Was soll denn das? Was soll denn das? Was soll denn das gehen? Wow. Komm doch nicht hoch. All right. Das Level ist nervig. Sehr nervig gerade. Kann ich das auch anders machen? Hm. Nein. Nein. Nicht tot. Wahrscheinlich, ne? Nein. Hm. Hm. Das ist das Problem bei dem hier wieder. Da wollte ich gerade gar nicht rein spielen. Cutting. So soll das gehen jetzt gerade. Ich springe mal zu hoch mit ihm, ne? Okay. Hm, hm. Boah ey. Das Level. Der Level ist ja richtig. Müll. Okay. Da komm ich auch wieder nicht hoch. Was für doof. Ding. Wie hab ich das denn gerade gemacht? Ich will nicht über rein springen, ihr Scheißdinger, ey. Was? Ja. 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 Hm. Hm. Ja. 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 Natürlich habe ich gerade vergessen, dass da schlusslich auch was verschwindet. Boi, das ist Level. Da glaube ich aber nichts eingesammelt ist, war mir auch egal. Ach so, ich verstehe. Toll. Hm. Wäääh, wäääh. Da kannst du da hinten dranbleiben und verkammeln. Hm 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 Was ist denn das denn? Was ist denn das? Was ist denn das? Was hilft er da eigentlich? Na egal. Geschafft. Irgendwie so eine Faro-Schildkröte, ne? Ja. Ja, ja, ja. Stage 5 geschafft. Flugzeug, ne? Ich glaub, das kenn ich aber, das Level. Das zeigt mir ja trotzdem nichts mehr. Und wenn wir 99 leben, nachdem ich so verkackt habe in dem 1 Level. Holy moly, was mies. Ich wollte in die Sidespringen, ne? Von der Seite geht's in... Airplane. Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Weil wir sind jetzt schon wieder bei fast 40 Minuten. Also 38 Minuten. Und dann sehen wir uns aber auch das nächste Mal wieder bei... Retro Time mit Let's Play Donkey Kong für den Game Boy. Bis dann. Pschau tschau! Pschau tschau! Video from E&D